Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spinatspätzle. Kinder mögen diese Spinatspätzle mit Tomatensauce. Eine feine Beilage zu vielen Fleischgerichten. Spätzle sind das allerwichtigste Gericht der Schwaben. Ähnliche Spätzle gibt es im Allgäu, Vorarlberg, der Schweiz und im Elsass. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Mehl, 2 bis 4 Esslöffel Grieß. 500 Gramm frischen Spinat, 8 bis 12 Eigelb oder 5 bis 6 Eier. Salz, ein Hauch frisch geriebene Muskatnuss. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Töpfe, zwei Schüsseln, stabilen Kochlöffel, Küchenmaschine mit Knethaken oder Handrührer mit Knethaken. Spätzlebrett mit Schaber, Spätzlespresse oder Spätzlehobel. Küchensieb. Vorbereitung. Den Spinat waschen und von ihren Stielen befreien. Das gesalzene Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Den Spinat in das kochende Wasser geben und für circa zwei Minuten blanchieren lassen. Durch ein Sieb gießen und sofort in kaltem Wasser besser Eiswasser abschrecken lassen. Den Spinat sehr fein pürieren. Die Masse sehr gut ausdrücken und durch ein Feinsieb streichen. Zubereitung. Das Mehl in eine Schüssel geben, den Grieß dazugeben und salzen, mindestens ein Teelöffel. Alles miteinander vermengen. Die Kräutermasse mit zwei Eigelb oder zwei Eiern sehr gut vermischen, sehr wichtig. Die Eigelbe oder Eier dazugeben, eines für eines untermengen. Den Teig so lange schlagen, bis er Blasen wirft. Klümpchen sollten nicht übrig bleiben. Der Teig darf weder zu dünn noch zu dick werden. Den Teig eine halbe Stunde stehen lassen und nochmals gehörig durchschlagen. Das Wasser mit Salz aufkochen lassen und mit der Kartoffelpresse den Teig in das kochende Wasser drücken. Sobald die Spätzle oben aufschwimmen, herausnehmen. Abtropfen lassen unter fließendem, heißem Wasser kurz abspülen. Erneut abtropfen lassen und warm halten. Alles so lange wiederholen, bis der gesamte Teig verbraucht ist. Sofort servieren. Diese Varianten gibt es. Spätzle werden auch in einer Pfanne mit Butter durchgeschwenkt serviert. Mit einer Tomatensauce servieren. Informationen Früher wurden Spätzle auch heute noch mit einem Brett und einem Messer hergestellt. Der Teig wurde auf ein Brett verstrichen und mit einem Messer in das Wasser geschabt. Sie schmecken auch eindeutig besser. Besonders lecker als Beilage zu Zwiebelrostbraten Diese Varianten gibt es. Leckere Rezepte rund um Spätzle Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Musik Sept